ja freunde willkommen zum heutigen test heute sind die viper 5 dran neues design von pyro trade diesmal in der plasteverpackung ist eine schwarzpilber variante wir haben hier eine neem von wenn ich sie finde 15 gramm sprich 5 gramm pro beller und würde ich mal sagen gehen wir gleich mal raus zur zündung preislich liegen wir hier bei 3 euro 60 ja 360 und wie sagt je nachdem wo ihr kauft also bis gleich draußen zur zündung wir testen den nächsten viper brüller und zwar wie vor fünf von pyro trade also wir sind uns gleich zu testen so nummer eins die v5 Da ist die Box mit weggeflogen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nummer 2. Das ist für Rote Pest-Polossentiven, kann man nicht sagen. Und Nummer 3. Also ich kann es euch empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Schrappl. 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 Schrappl.